Ja, Janine Heukamp, willkommen bei der Circle-Konferenz 2021. Du mit deinem Background aus der Hotellerie sowie der Konferenzplanung und Organisation. Jetzt bist du seit über zehn Jahren auf der Agenturseite. Welche Vorteile hat der Kunde, wenn er eine Seminaranfrage an die My Service Group übergibt? Also wie du sagst, die Erfahrung aus der Hotellerie und eben auch diese Veranstaltungsplanung von Kundenseite betrachtet, ist einfach extrem wichtig. So kenne ich beide Bedürfnisse und kann eben im Kundengespräch die ganzen Details, die für ihn wichtig sind, abklären und das bei der Anfrage und der Suche nach den passenden Hotels und Locations berücksichtigen. Und so bekommt jeder Kunde seine maßgeschneiderte Offerte und Zusammenstellung der Möglichkeiten. Und so profitiert der Kunde nicht nur von unserer Expertise in Bezug auf die Zeitersparnis, sondern auch, er kriegt wirklich seine maßgeschneiderten Angebote, die auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind. Und wovon profitieren die Hotels, die die My Service Group anfragt? Die Hotels werden ja häufig massig von Anfragen überflutet. Und wir legen wirklich den Wert darauf, dass die Anfragen, die wir dem Hotel schicken, auch qualifiziert sind. Das heißt, das Hotel und die Bedürfnisse vom Kunden stimmen überein, sodass das Hotel den Aufwand bei sich optimieren kann und auch eine große Chance hat, dass der Kunde sein Angebot nachher bucht. Und dadurch, dass wir eben mit der My Service Group eine riesen Plattform-Economy aufgebaut haben über die letzten Jahre, haben wir den Hotels eine zusätzliche Präsenz geschaffen im Internet. Und dadurch werden natürlich auch noch zusätzliche Anfragen für die Hotels generiert. Die momentane Situation ist ja nicht so einfach. Es werden Konferenzen verschoben, abgesagt, wieder neu angesetzt. Was triggert dich jeden Tag wieder aufs Neue? Was treibt dich an, jeden Tag wieder diesen tollen Job zu machen? Denn ich weiß, dass gerade in der momentanen Situation es nicht so einfach ist, immer alle glücklich und zufrieden zu machen. Das ist so. Und ich betrachte mich auch manchmal als, ich nenne es nett ausgedrückt Sandwich. Wir stehen zwischen dem Kunden und dem Hotel. Und für mich ist wichtig, beide Seiten glücklich und zufrieden zu stimmen. Und um deine Frage zu beantworten, was mich antreibt, das ist einfach, man hat dieses Gehen einfach in sich. Und wenn du deinen Job einfach liebst, dann kannst du ihn noch leben. Und das merken die Kunden. Und somit ist Tag für Tag Herzblut, Leidenschaft im Einsatz. Und das merken wir auch bei den Kundenfeedbacks. Die sind happy, die sind zufrieden. Die bedanken sich mit langen E-Mails vor, während, nach der Veranstaltung und sagen einfach, wow, das ist super. Weil wir merken Tag für Tag, es ist nicht nur die Technologie und die Digitalisierung, sondern es ist wirklich der persönliche Austausch mit dem Kunden, dem Kunden zuhören und die Gespräche suchen und führen. Und dann ist der Kunde happy und zufrieden, weil der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt und seine Bedürfnisse, um für ihn die perfekte Veranstaltung zu planen und zu organisieren. Und für uns ist es egal, ob es jetzt ein Anlass mit vier Personen ist oder eine Konferenz mit tausend Personen. Der Kunde mit seinen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt. Und das macht es uns aus. Und dafür stehen wir Tag für Tag. Das heißt aber auch, trotz aller Technologie, der persönliche Service ist immer noch key. Gerade der persönliche Service ist key. Ja. Super, vielen Dank. Wir freuen uns auf die Circle-Konferenz am 1. Juli im Circle. Und ja, bis dahin viel Spaß bei der Organisation. Danke. 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 Danke.